Musik 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 Oh, da, Dario, die Leute, die lange sch... Es ist unge... Oh, na gut, na gut, natürlich. Sehr wohl. Ja, mein Herr. Ja, gern. Ja, mein Herr. Sofort, jawohl. Wie ihr wollt. Ich hab getan, was ihr wolltet. Natürlich. Ihr habt nicht genug Teller. Das frag ich nicht. Natürlich. So hab ich jetzt so gar kein... Sicher? Ja, ja. Kein Problem. Wie ihr habt, ja. Jawohl. Ich hab getan, was ihr wolltet. Ein Bergmann nimmt seine Arbeit in einer Miene auf. Einige Siedler haben keinen Platz zum Nächtigen. Alle Bauernhöfe sind belegt. Einige Siedler haben nichts zu essen. Ja. Einer eurer Helden steckt in Schwierigkeiten. Feinde greifen ihn an. Ja, gern. So soll es sein. Ein Bett in einem Wohnhaus wäre jetzt etwas wirklich feins. Schlagt zuerst mehr Holz. Ihr benötigt mehr Leben. Wird erledigt. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? Natürlich. Es gibt zu wenig Betten in eurem Reich. Baut mehr Bauernhöfe, um all eure Siedler versorgen zu können. Ihr benötigt mehr Lehm. Selbstverschmückt. Ich gebe mein Bestes. Der Tag, der seid ge- Wir haben als Ihr habt eine neue Herausforderung erhalten. Nichts lieber als das Schlagt jetzt mehr Holz sofort. Ja, dann geht's. Ja, The mehr Lehm. Ich hab getan, was ihr wolltet. Ein Gelehrter nimmt seine Studien auf. Es gibt zu wenig Betten in eurem Reich. Baut mehr Bauernhöfe, um all eure Siedler versorgen zu können. Ein Bett in einem Wohnhaus wäre jetzt etwas wirklich Feines. Könnt ihr nicht einmal einen anderen belästigen mit eurem Rumgeschubse. Ihr habt nicht genug Lehm. Selbstverständlich. Sofort. Ja, gern. Selbstverständlich. Wenn Gott es so will. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Nö. Wenn's denn sein muss. Ja. Ja, ist gut. Ihr benötigt mehr Lehm. Ihr habt nicht genug Lehm. Ein Bauer beginnt, eure Siedler mit Mahlzeiten zu versorgen. Ihr habt nicht genug Wohnhäuser durchlaucht. Eure Bauern. Was würde ich jetzt geben für ein warmes, gemütliches Bett? Aber es ist keins mehr frei. Ja. Oh. Ja, ja. Kein Problem. Perfekt. Jupp. Einige Siedler haben keinen Platz zum Nächtigen. Ich bin müde, aber kann kein freies Bett finden. Wozu bezahle ich meine Steuern? Ihr benötigt mehr Leben? Ja! Der Tag der Abrechnung. Steuern und Schulden und Zeit. Ihr habt nicht genug Taler. Mäh. Jupp. Kein Problem. Natürlich. Bis in einem. Ihr habt nicht genug Leben. Ihr habt nicht genug Leben. Ihr benötigt mehr Leben. Nein. Fertig. Fertig. All eure Wohnhäuser sind belegt. Aber es gibt noch aufdachlose Siedler. Eure Bauernhöfe produzieren nicht genug Essen. D dashppy. Jupp. D82. Ich bin grundsätzlichisolu. Ich bin grundsätzlich aus aller Ihnen dabei. Und je hat nicht genug Japan. Ich bin grundsätzlich. Ja, ja. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Und dann, dann haben wir den Alten übers Ohr gehauen. Und der... Dach, Chef. Wenn's denn sein muss. Na gut. Ihr habt nicht genug Bluhhäuser durchlaucht. Eure Bauernhöfe produzieren nicht genug Essen. Ist das nicht wundervoll hier? Das ist das ist das Kalt... usculus spinnade. Teigere Ja, natürlich! Der Tag der Abrechnung. Steuern und Sollt werden gezahlt. Das kann ich nicht. Ja! Ja, ja. Bisschen an. Nö. Wird erledigt. Natürlich. Ja, ja. Das ist Schöne. Musik Sofort, yummy, wie ihr wünscht Yup, yup, yup Einer eurer Helden wird angegriffen. Sofort, na gut. Der Tag der Abrechnung. Steuern und Sold werden gezahlt. Sofort, ja, ja, natürlich. Dazu habe ich jetzt so gar keine Lust. Nein, nein, ach, geht doch nicht. Bisschenordnung. Und dann, dann haben wir den Alten übers Ohr gehauen und der... Dach, Chef? Ja, natürlich. Jawohl. Bisschenordnung. Wenn's denn sein muss. Ja, 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 ist gut. Natürlich. Wenn's denn sein muss. Ja, 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 natürlich. 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 Ja, natürlich. Ja. Ja, Milo. Ja. Kein Problem, aber geil. Ja. Ja. So soll es sein. Natürlich. Ein neuer Auftrag. Ja. Es gibt ein neuer Auftrag für euch, mein Lord. Zahle Tag. Ja. Nicht so lieber als das. Einer oder Arbeiter steckt in Schwierigkeiten. Feinde greifen ihn. Sicherlich. Es gibt ein neuer Auftrag für euch, mein Lord. Ihr habt eine neuer... Cool. Ich brauche wohl noch eine Gewa... Solltet ihr nicht machen. Herr, man hat euch mit einer neuen Aufgabe betraut. Das war... Es fehlt ein... In diesem... Eilt euch. Ihr habt einen neuen Auftrag. Willkommen. Leider... Ich hab an. Es gibt... Meldet euch. Es gibt die Raub. Wenn ihr es für richtig haltet. Jawohl. Ja, mir auch. Ja, ist gut. Sie schadet. Na, gut. Ja. Sie schadet. Sie schadet. Jupp. So, fast. Natürlich. Ja, ja. Na gut. Einer eurer Helden wird anklassen. So gut ich kann. Ich bin mal. Ja, ja. Oh TU NäIN. Ja, ich bin mir schon. Ja, ich bin mit einer saft. Ja, ich bin mit einer saft. Also geht es mal. Also geht es mal mit einer saft. Das jetzt ist also... Ja. Ich bin mit einer saft. Ja. Nein. Was ist denn die saft. Ich bin schon unterwegs. Sicher? Na gut. Wie ihr wollt. Jawohl. Sicher? Na gut. Freilich. Natürlich. Sucht mich doch. Wenn ihr wollt. Sicher. Freilich. Freilich. Ja. Natürlich. Einer eurer Helden wird angegriffen. Eine leere Kiste. Warum stehen hier leere Kisten? Natürlich. Wie ihr wollt. Na gut. Heure. Ihr solltet ihn. Aber gut. Sicher. Natürlich. Na gut. Sicher. Ich bin schon unterwegs. Wenn ihr wollt. Ja. Sicher. Wenn ihr es für richtig haltet. Sicher, wenn ihr wollt. Schon mal daran gedacht, ein paar Betten mehr zur Verfügung zu stellen? Ich habe nämlich keins. Ich bin schon unterwegs. Wenn ihr wollt, freilich. Ja, gern. Ich muss mit der Diebin sprechen, Herr. Na gut, natürlich. Na gut. Und... Vielen Dank. Vielen Dank. Na gut. Ja. Sicher. Wenn ihr es für richtig haltet, wie ihr wollt. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Ja. Natürlich. Freilich. Oh, da... Ihr habt einen neuen Auftrag erhalten. Wie ihr wünscht, meine Herren. Leona Herr hat euch mit einer neuen Aufgabe betraut. Was ist hier das mit einer neuen Aufgabe betraut. Untertitelung des ZDF, 2020